Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen bei Goal mit dem Besten aus Spanien, Italien und Frankreich. In der Ligue 1, da schauen wir heute auf Olympique Marseille. Das ist ja der Gegner von RB Leipzig in der Europa League und natürlich auch ganz wichtig für Marseille in der Liga. Das wichtige Spiel in Italien, da ist Juventus Turin nach wie vor das Maß aller Dinge. In den letzten sechs Jahren haben sie sechsmal die Meisterschaft gewonnen, dreimal weg. Ist das vielleicht die Chance für den SSC Neapel wieder ganz nah ran zu rücken? Das ist unser Thema heute hier in Goal aus dem Italien-Bereich. Aber wir starten natürlich in Spanien mit den beiden Fußballgiganten Ronaldo und Messi. Jede Woche können sie sich die beiden ganz genau hier bei uns in Goal anschauen. Ja, kann man die beiden eigentlich schon mit Maradona und Pelé vergleichen? Sie haben die Möglichkeit, jetzt nochmal ein Auge drauf zu werfen. Mein Kollege Hans-Joachim Wolf beginnt im Camp Nou. Juventus Turin können sie am kommenden Sonntag live verfolgen und zwar im Duell gegen Sampdoria Genua. Das Ganze gibt es auf Sport1 Plus ab 17.55 Uhr. In Frankreich, da ist es auch richtig spannend, zumindest was den Kampf um Platz 3 angeht zwischen Olympique Marseille und Olympique Lyon. Da schauen wir natürlich drauf auf dieses Fernduell. Aber wir schauen noch ein bisschen intensiver auf Marseille, denn das ist ja der Gegner in der Europa League von RB Leipzig am kommenden Donnerstag. Das Rückspiel in Marseille. Wir schauen aber auch auf den Tabellenführer der Ligue 1, Paris Saint-Germain. Edison Cavani hat sich den Fehlschuss des Jahres erlaubt. Das sollten sie nicht verpassen. Zuvor haben sie auch noch die Möglichkeit, etwas zu gewinnen. Olympique Lyon gegen Amiens. Das ist unsere Live-Begegnung aus der französischen Ligue 1 am kommenden Samstag ab 16.50 Uhr natürlich auch auf Sport1 Plus. Und am kommenden Montag ab 21 Uhr, da gibt es die nächste Ausgabe von Goal, dem internationalen Fußballmagazin. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Zeit und sage Tschüss.